Nicht nur auf schnellen und weiten Strecken treibt Schunk die Bahn voran, sondern auch im Nahverkehr. U- und S-Bahnen beziehen ihren Strom häufig über eine sogenannte dritte Schiene. Diese Stromschiene verläuft meist seitlich der Fahrtrasse. Von der dritten Schiene übertragen Stromabnehmer den Strom zur Bahn. Und diese Stromabnehmer kommen von Schunk in der gewohnten Spitzenqualität. Während der Fahrt sind die Stromabnehmer enormen Belastungen ausgesetzt. Widrige Umweltbedingungen wie Hitze, Feuchtigkeit, Staub und starke Vibration erschweren die Stromübertragung. Hinzu kommt, dass die Abstände zwischen der Stromschiene und dem Drehgestell häufig schwanken. Doch die Vollisolationsstromabnehmer von Schunk sorgen immer und überall dafür, dass der Strom fließt und der Zug fährt. Egal ob Hochgeschwindigkeitszug oder Regionalbahn, Schunk bietet für jedes Tempo und jede Betriebsspannung exakt die richtige Lösung. Meng està Herrgäu Hermann Engera 그렇죠 rin Been Wann stimul Wann laughing wenn leid wirklich drown doch Ge وہ allen be wohl stimul